In einer Wärmepumpen-Mustersiedlung in Berlin, Lichterfelde, können die Mieter nicht mehr über 23 Grad heizen. Das wird als sogenannte Wohlfühltemperatur mittlerweile bezeichnet. Was unsere Bauministerin Clara Geywitz damit zu tun hat und was geplant ist, wie wir hier alle kontrolliert werden sollen, ob und wie wir heizen, darüber sprechen wir heute im Video. Ich habe brandheiße News für euch rausgesucht. Moin zusammen, mein Name ist Olli. Wenn du neu bist, kritischen Content magst, dann lass jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle ein kostenfreies Abo da. Viel Spaß beim Video. Ich hoffe, viele von euch wissen um die Situation. Wir haben einmal die Situation, dass die EU ein Gesetz bzw. eine Forderung verabschiedet hat. Das heißt, EU-Gebäude, also wirklich in zahlreichen Ländern, ich bezweifle nur, dass das auf nationaler Ebene beispielsweise in Italien oder gar auch in Frankreich wegen drohender Proteste und Demonstrationen so umgesetzt wird, aber grundsätzlich dürfen die Gebäude bald nur noch bis zu einer Energieeffizienzklasse D vorweisen. Was aber zahlreiche Fragen und auch wirkliche Probleme mit sich bringt. Ich hatte bereits ein Haus gezeigt, das hier in der Ecke bei mir ist. Es steht 1840 drauf, ein uraltes Gebäude. Nebenbei gesagt, es steht, soweit ich weiß, nicht unter Denkmalschutz. Ich hatte kein Emblem irgendwie an der Tür oder ähnliches gesehen. Ich gucke aber demnächst, wenn ich mit dem E-Bike vorbeifahre, nochmal genau nach. Denkmalgeschutztes Gebäude bezieht sich nicht zwangsläufig auf das Alter oder ähnliches. Die Denkmalschutzbehörde kann das frei entscheiden, wenn ein Gebäude das werden soll. Und das hat natürlich Vorteile, aber auch zahlreiche Nachteile für den Besitzer. Der darf dann nämlich einfach mal ohne Erlaubnis hingehen und zum Beispiel sagen, ja, die Tür ist jetzt hier nicht mehr so ganz in Ordnung, die Haustür oder auch die Fenster, die möchte ich austauschen. Nein, das muss alles genehmigt werden. Was macht man auch, ich sage mal, kulturell mit der Geschichte mit solch einem Gebäude dadurch? Das finde ich auch immer sehr, sehr traurig. Möchtest du jetzt vor so ein altes, schönes Gemäuer wirklich eine Dämmfassade machen, wie die EU sich das vorstellt? Das ist unvorstellbar. Ich finde das ganz, ganz grausam. Auf der anderen Seite haben wir dann die Situation hier in Deutschland, dass es heißt, Robert Habeck möchte ab dem kommenden Jahr keine Öl- oder auch Gasheizungen mehr neu einbauen lassen. Sprich ein klares Heizungsverbot ab dem nächsten Jahr für Neuanbauten. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Er glaubt zu wissen, was für uns die bessere Heizungsmöglichkeit wäre, wo aber der Strom herkommt für eben die Wärmepumpe, die dann natürlich priorisiert ist. Das wird nicht beantwortet. Das wird einfach so in den Raum geschmissen und dann muss man gucken, wo man bleibt. Und ganz interessant ist unsere Bauministerin Clara Gaywitz dazu. Zitat, mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Wohnministerin gegen EU-Sanierungszwang heißt es hier. Und wenn man sich das anguckt, sie hat ein Interview mit dem Deutschlandfunk geführt. Zitat, ich persönlich halte das auch mit dem Grundgesetz nicht für vereinbar, dass man per Gesetz einen Sanierungszwang macht. Das sei ein absolut harter Eingriff in die Eigentumsrechte der Hausbesitzer. Und aus ihrer Sicht auch unverhältnismäßig. Und da hat sie natürlich hier vollkommen recht. Weil was passiert? Zitat, du investierst jetzt bitte 100.000 Euro, die du nicht hast, in dein Haus, was vielleicht einen Wert von 80.000 Euro hat. Das sind natürlich wieder diese Extrembeispiele, die sie ja nennt. Insofern, dass es aber jeden treffen kann. Wisst ihr, das betrifft ja jetzt nicht nur in Anführungszeichen jemanden, der nur ein Haus hat, was nur 80.000 Euro wert hat. Das trifft doch jemanden, der ein Haus hat, das zu 300.000, 500.000 oder gar eine Million Euro als Wert hat. Genau so. Und das ist wieder dieser Usus, der hier betrieben wird. So nach dem Motto, ja die Leute, die jetzt ein Haus haben, was 200.000 wert ist, die können sich das ja leisten. Nur bei denen jetzt nicht. Wisst ihr, das ist wieder ganz, ganz unangenehm, was hier passiert. Es ist eine bodenlose Frechheit. Man muss es wirklich so klipp und klar sagen. Und dann heißt es weiterhin in diesem Interview von der Frau, wenn man die Pläne umsetzen wollen würde, müsste man die Sanierungsquote in Deutschland um 100 bis 150 Prozent steigern. Und weiterhin heißt es hier, dass, Zitat, ich meine, wenn wir jetzt über sehr viel staatliches Geld für die Sanierung und Verbesserung des Gebäudebestandes reden, würde ich sagen, gut, dann sinnvieren wir jetzt erstmal alle Schulen, alle Schwimmhallen, Sporthallen, alle Rathäuser, alle Pflegeeinrichtungen. Dadurch könnte man extrem viel CO2 sparen, erklärt sie. Und das ist doch nur logisch. Da ist doch viel mehr Potenzial drin, als das uns einfachen kleinen Bürgern aufzuerlegen, wo die Gebäude ja bedeutend kleiner sind als bei dem gesamten öffentlichen Teil. Und dann geht immer noch um die Frau Gabels, heißt es ja auch, eine Bauministerin will Sanierungszwang für Häuser stoppen, Zitat, ich werde keinen Vorschlag unterstützen, der einen technischen Sanierungszwang für einzelne Gebäude vorsieht. Und ich gehe davon aus, dass andere EU-Länder das auch nicht tun, sagt sie hier zur BILD am Sonntag. Und natürlich, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, zahlreiche andere Länder werden das nicht tun. Aber ich glaube, dass irgendwas in der Richtung in Deutschland kommt. Das wissen wir gerade aus unserer Politik, durch die Grünen, was hier natürlich passieren wird. Aber die Frau hat einen, ja, wie soll man es jetzt ausdrücken, mir fehlt ein guter Begriff dafür. Schreibt es mal in die Kommentare. Gabels schlägt nämlich dafür eine neue Grundlage des sogenannten Quartieransatzes vor. Danach müsse nicht jedes einzelne Gebäude seinen CO2-Ausschuss senken, sondern ein Quartier insgesamt. Und das bedeutet, die gut genämmten Neubauten im Wohnungsviertel sorgen dafür, dass die Altbauten nicht sofort saniert werden müssen, weil nicht jedes Haus einzeln betrachtet wird. Und merkt ihr das? Diese Parzellen, diese Ghettoisierung, die dadurch passieren würde, da stehen jetzt fünf alte Häuser, dann wurden drei neue gebaut, die kompensieren das und dann gleicht sich das aus. Soll das unsere Zukunft sein? Was soll denn sowas? Wie kommt man auf sowas überhaupt? Aber ihr kennt das von mir. Wenn jemand, egal welche Partei, nur gute Idee hat und lösungsorientiert arbeitet, finde ich das immer klasse. Und ja, da kommt etwas. Aber wie viel Wahrheit steckt da wirklich hinter, ist die Frage. Denn wenn wir in diesen FAZ-Artikel hier gucken, sehen wir es leider ein Plusartikel, aber ein paar Zeilen können wir lesen. Und die BILD hat auch darüber berichtet. Wärmepumpen-Offensive heißt es hier. 23 Grad in der Wohnung müssen reichen. Bundespolitik im Einzelungskeller, Bundesministerin Clark Gavitz besichtigt in Berlin-Lichterfelde eine Wärmepumpen-Mustersiedlung. Der Termin ist auch ein Statement. So, und wenn wir nämlich in den BILD-Artikel reingucken, dann bekommen wir ein paar mehr Infos, was da nämlich gesagt wurde. Der Vorfall, der für Wirbel sorgt. Während des Besuchs einer mit Wärmepumpen sanierten Genossenschaftssiedlung trommelte Bundesbauministerin Clara Gavitz für die Heiztechnologie, mit der nach Ampelplänen künftig Millionen von Gas- und Ölheizungen in Deutschland ersetzt werden sollen, jetzt kommt's, anders als vor der Sanierung, kommen die Mieter der Anlage nicht mehr auf 26 Grad, sondern nur noch auf 21 bis 23 Grad. So der Genossenschaftschef Jochen Icken hier in diesem FAZ-Artikel. Ja Leute, wo geht denn hier die Reise hin? Was ist denn das? Das ist doch genau diese Verschwörungstheorie, die wir vor einigen Monaten schon mal hier thematisiert haben, wo es hieß, ja, dann wird halt die Heizung reguliert und über Smart Meter, guckt euch mein Video dazu an, ist auch ziemlich viral gegangen, hat man dann die Möglichkeit, dass die Oberigkeit sagt, nö, der Olli heizt nicht auf 23 Grad, die 21 Grad müssen ausreichen. Denn, Frau Gaywitz sagt hier, Zitat, die Frage nach der Wohlfühltemperatur ist auch eine Gewöhnungssache. Tenor, 23 Grad müssen bitte reichen. Leute, das ist so ein Sozialismus, in dem wir uns mittlerweile befinden und es wird von Tag zu Tag schlimmer, es ist unfassbar, was hier für Aussagen getroffen werden, von wegen Wohlfühltemperatur. Jeder Mensch hat eine andere Wohlfühltemperatur und wenn der eine sagt, ich möchte das Schwitzen sitzen bei 30 Grad, dann soll er das machen, wenn er für diese Kosten aufkommt, habe ich damit kein Problem. Es ist eine bodenlose Frechheit, uns jetzt auch noch die Temperatur hier vorzugeben, in welcher man nur noch heizen darf. Das ist doch unglaublich, was hier passiert. Ähnlich sieht das auch hier der FDP-Wirtschaftsexperte Michael Kruse, heißt hier, wie die Bauministerin die Menschen für die Aussicht auf eine kalte Wohnung erwärmen will, bleibt ihr Geheimnis. Die Menschen kriegen zu Recht kalte Füße bei einem solchen Heizungstauschzwang. Mit dieser Perspektive werden die Gespräche über das Gebäudeenergiegesetz frostig. Und auch der CSU-Generalsekretär Martin Huber sagt dazu zur Bild, jeder muss so heizen können, wie man sich wohlfühlt und es für die Gesundheit notwendig ist. Und spricht hier von übergriffigem Heizsozialismus. Und da hat der Mann wirklich vollkommen recht, das ist nichts anderes. Aber diese Bevormundung dieses Staates hier, die geht nicht zu weit. Das ist unfassbar unglaublich, wie weit sie mittlerweile geht. Aber das Ganze scheint schon im Hintergrund konkreter geplant zu sein. Wenn man dann nämlich diesen Artikel hier sieht, ist das ein Interview, was mit der Frau Gavitz jetzt vor ein paar Tagen auch noch geführt wurde. Niemand verliert sein Haus, heißt es hier. Okay, aber unter welchen Umständen darfst du dann noch dort wohnen? Das ist doch die Frage. Vielleicht wird diese Enteignung, die man ja vermuten kann, nicht so stattfinden. Aber wie und wann und sonst was wirst du in deinem Haus noch leben können? Interessant ist es nämlich, was hier heißt. Frau Ministerin, wie heizen Sie zu Hause? Ich habe eine Gasheizung. Weißt du, das kannst du alles nicht vervollnehmen. Und sie wohnt nämlich hier mit ihrem Mann in einem Haus. Das Haus gilt wohl ihrem Mann von 1734. 1734 und steht weitestgehend unter Denkmalenschutz. Wenn er mich zu Hause trifft, diskutiert er regelmäßig mit mir, wie wir in Zukunft heizen. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat und die Probleme unserer normalen Bevölkerung und unserer Gesellschaft in Deutschland nicht kennt und Zeit für solche Themen hat, glaube ich, dass das wirklich ihr Abendprogramm ist, Frau Gavitz. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt kommt nämlich auch so ein bisschen schon konkreter was. Wir werden ein Heizungsgesetz machen, das für jedes Haus eine machbare Lösung vorsieht. Auch für Denkmalgeschützte wie das meines Mannes. Und glaubt mir, das wird der absolute Untergang. Das wird der absolute Untergang im Behördenwahnsinn, in der absoluten Bürokratie, wo es dann heißt, Gebäude von gebaut 1801 bis 1850. Die müssen diese und jene Sachen erfüllen. Wenn unter Denkmalschutz dies und jenes. Wenn nicht, dann so und so weiter und so fort. Das wird ein totales Chaos und natürlich, Leute, es wird Geld kosten. Und das gibt die Frau auch selber nämlich jetzt hierzu. Zitat, ich kann nicht versprechen, dass niemand einen Euro mehr ausgibt. Und wenn das schon so heißt, erinnert mich das persönlich an Jürgen Trittin bezüglich damals die Energiewende, wird sie nur eine Kugel Eis kosten. Es hat ja keiner gefragt, wie viele Kugeln Eis oder wie oft die Kugel Eis erneuert werden muss. Aber jetzt schreibt mal eure Meinung dazu unten rein. Ich bin sehr gespannt drauf. Daumen hoch. Danke dafür. Das freut mich. Abonniert den Kanal unbedingt. Ist natürlich kostenfrei für euch und unterstützt mich. Haut rein. Wir sehen uns bis zum nächsten. Und ciao.